also ich weiß nicht wer jetzt schneller ist der wohnwagen hochwärts oder ich runter auf jeden fall eins muss ich sagen wenn ich nicht wüsste wie gut diese bremsen sind von den meinen boss kates würde hier niemals runterfahren das sieht vielleicht hier auf dem video nicht so steil aus ist aber der hammer und bremsen sie gut